Hey, eine 2 plus? Klasse! Von wegen, ich verdiene was Besseres. Ich habe die ganze Nacht gelernt. Mr. Rotter gibt keine Einsen, da kannst du nichts dran ändern. Falsch! Das hier gehörte Pharao Nathalotin Carmen. Da bezwinge ich jede meinen Willen auf. Das ist kein Spielzeug, Cleo. Hat dein Vater nicht gesagt, auf diesen alten Gegenständen liegt ein Fluch? Alles unter Kontrolle. Mr. Rotter, meine Arbeit war absolut perfekt. Warum habe ich keine Einsen bekommen? Ich gebe keine Einsen. Ich verdiene aber eine Eins plus. Du verdienst eine Eins plus. Es gibt da bestimmt einen Haken. Da ist das faul. Ich befürchte eine böse Überraschung. Bitte, alles unter Kontrolle. Oh nein, viel zu viel los hier. Wir kommen zu spät zum Unterricht. Bitte nicht. An diese Zauberkraft könnte ich mich gewöhnen. Die Hausaufgaben für heute? Hat Spaß. Cleo benutzt dieses Ding wie eine Kreditkarte ohne Limit. Ja, aber irgendwann bekommt sie dafür die Rechnung. Ein makelloser Tag. Ihr Mädels wart völlig umsonst besorgt. Da liegt kein Fluch auf der Statuette. Alles unter Kontrolle. Was ist denn los? Nichts ist unter Kontrolle. Oh, Rotter.